Am 1. Dezember ist das Autotransportschiff Malacca Highway in Wismar angekommen. Zuvor war der Frachter in Belgien. Das Schiff ist 139 Meter lang und 23 Meter breit. Die Malacca Highway fährt unter der Flagge Panamas. Gebaut wurde das Schiff 2001. In Wismar hatte sich der Frachter zwölf Stunden aufgehalten, bevor er sich auf den Weg nach Schweden und Polen gemacht hat. Das Endziel England.